Hallo und herzlich willkommen hier zu DLP TV mit euren Danny. Ja, heute hier zu Battlefield 4, dem Part 2. Ja, heute Häuserkampf werden wir mal in die Szenerie einspringen. Ja, wurden auch gleich wieder beschossen. Äh, shit, 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 shit. Nein. Ja, wie man sieht, hier wird jeder Raum verteidigt. Ja, wurden von unseren Kollegen versorgt. So, dann machen wir mal gucken, wo diese Schweinehunde sich aufhalten. Zum Beispiel da. Ja, den haben wir wunderschön erwischt. Werden gleich bombardiert. Dann müssen wir jetzt mal den Weg hier ändern. Na! Hups, den du mal drüber oder geht das hier nicht oder ist hier los? Ja, da war wieder einer. Ja, wunderbar. Haben sie uns von außen hinterher wieder erschossen. Ach, Mann. So, weiter im Text hier werden wir diese Leute mal eliminieren. Ja, war so schön im Ort zu sein. Haben sie uns gleich wieder den Kopf weggeschossen. Junge, 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 Junge. So, weiter. Hier an der Front von Battlefield. Werden wir mal sehen. Scheiße, Scheiß-Granate. Ja, ich hab gedacht, ich leg mich mal hin hier, aber das war nicht gerade günstig. So, werden wir mal sehen, wo die sich aufhalten. Das ist ein Kollege von uns. Werden wir uns mal den Granatwerfer in die Hand nehmen. Ja, unser Kollege, unser Kamerad. Rentsche, wieder weg. Das Gebiet wird heiß umkämpft. Mal sehen, ob wir jemanden erwischen hier. Ja, hier ist zum Beispiel... Ah, ich hab's ja, ich hab's ja, ich hab's ja. Nein! 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 Ja, das kann man nicht viel machen. Wenn vier Mann auf dich zurennt, dich einkesseln, reicht gar nicht. Fünfe. Dann kann man bloß sehen, dass man verschwindet. Oder zum Beispiel eine Etage höher geht. Ei, 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 ei. Ey, wer hat mir das jetzt geklaut? Schweine. Ui! Ja. Das war gut gedacht von ihm. Und schlecht für mich. So. Dann schauen wir mal, wo wir hier jemanden einkesseln können. Ja, nehmen wir unseren Granatwerfer. Ja. Ja, haben sie uns wieder eliminiert vom Dach. Gar nicht schlecht gedacht. Das müsste ich theoretisch auch mal machen. Vielleicht nehmen wir jetzt mal das Snipergewehr. Uuuuuh! Ja, da hat man keine Chance. Wenn man nicht gerade auf dem Dach ist hier, hat man keine Chance mit solchen Gewehren hier unten irgendwas auszurichten. So. Ich denke mal, ich werde jetzt mal als Sturmsoldat gehen. Vielleicht haben wir da besseren Glück. das war gar nicht schlecht gedacht. Aber nicht gut genug für uns. Ja. So, jetzt liegen wir schon wieder. Ja, Little hat uns abgeschossen. Little. Perfekt. Hab schon immer gewusst, dass diese Firma was gegen mich hat. So, weiter geht's hier im Text. und wir sehen fast so aus, als würden wir diese Runde verlieren. Also, sieht nicht so gut aus. Nein! Den hab ich nicht gesehen. Ach, Leute. Ja, hier wird nichts geschenkt. aber gar nichts. So, wo können wir denn noch reinkommen? Ja, wir haben noch 75. Sieht nicht so gut aus für uns. Ja, wir müssen noch ein paar Fahnen an uns nehmen, dann könnten wir vielleicht das Ruder noch rumkreisen. Ah, nein! Nein, 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 nein. Ja, gut gedacht von ihm. Sniper. Aber, was wollen wir machen? Man kann ja nur schießen und überleben. Mehr kann man ja nicht. Oder alle abschießen. So. Ja, den haben wir noch gut erwischt. Aber, konnten nicht schnell genug weggehen. Das war das Problem. Schießt eine Absintheile da. So. Gucken wir mal, vielleicht können wir das Ruder noch rumreißen. Ja, wir haben ihn zumindest erwischt. Aber, es hat uns nicht viel genützt. ja, nehmen wir die Granatwerfer. Räuchern wir sie aus. Ja, Raketenwerfer. Nein, nein. Ja, das war wieder ein Streitschiss. Ja, auf dem Dach sind sie auch. Ja, wir haben diese Runde verloren. Ja, meine Lieben, ich melde mich sofort zurück, wenn es wieder heißt, hier, wir sind wieder dann in der Welt drinnen. Ich möchte euch den Ladebildschirm jetzt erstmal, ja, verbergen, dass ihr das nicht unbedingt habt. Ja, ich melde mich sofort zurück, wenn es weiter geht, hier bei Battlefield 4 mit euren Danny zu DLP TV. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ja, für euch hat das jetzt ein paar Sekündchen gedauert. Bei mich hat das mal richtig lange gedauert. Ja, ich musste das neu laden. Es ist bei mir abgeschmiert. Aber jetzt sind wir zurück hier zu Battlefield 4 online mit euren Danny zu DLP TV. Ja, werden wir mal sehen, was wir jetzt hier so erwarten. Ja, ein Knast. Da vorne sieht schon wieder Action aus. Werden wir gleich mal die Bude ein bisschen einheizen. Ja, hier vorne kommen sie schon wieder rausgerannt. Werden wir gleich mal sehen. Ob wir... Ach, scheiße. Aua. Nein! Ja, zwei Mann, was wollen wir da machen? Was wollen wir da machen? Was wollen wir da machen? Ja, den kenn ich doch. Der hat mich doch mindestens viermal abgeschossen. Ja, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, wenn du mich vielleicht siehst hier und let's play. Ja, es war nicht sehr nett, dass du mir zwischen die Augen geschossen hast. Aber man ist ja nicht so nackttragend, ne? so. Werden wir mal sehen, ob wir uns ne Fahne erbeuten können. Nein! Nein, nein, nein. Dieser Hinterhalt, es schmeckt mir nicht. nicht. So. Auf ins Neue. Und hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen länger leben. Und nicht nur ein paar Minütchen. Aber das ist hier nicht so einfach zu Battlefield. Ja, wie sagt man so schön, hätte ich mal nicht meine Schnauze es aufgerissen. Gerade eben hab ich es gesagt. so, nicht verzagen. Danny fragen. Achtung, ein Anteilplaner ist sofort. Boah, fuck, was hab ich jetzt getroffen? Nein! Ja, aus den Hinterkalt, da kamen sie und bringen Unfrieden. Ich merke es schon. Ja, ich bin doch leicht verschnüpft, man hört's. Es wird aber schon besser. Uuuuh, ist es bitterkalt. Rein in die gute Stube. Nein! Ach Gott! Warum hab ich denn hier keine Chance? Freunde, wenn ihr ein paar Tipps habt, könnt ihr mir die hier unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, was ich vielleicht verkehrt mache oder was ich besser machen kann. Könnt ihr mir das ja mal sagen. Ob das vielleicht noch besser wird mit der Zeit oder ob man dafür geboren sein muss, ich weiß es nicht. Ihr könnt mir das ja mal sagen. Wenn ihr vielleicht gerade hier mitspielt, ich weiß ja nicht, würde mich freuen. So, das hat man doch mal schön gelöst. So, ja, Granate! Nein! Ach, fuck. Da kam die Panzerfaust und hat mir zwischen die Ohren geschossen. Ja, ist das nicht unfair? Ist das nicht unfair? Ist das nicht unfair? Machen wir weiter hier im Text. Ja, Ja, man hat einfach keine Chance. Ich bin wahrscheinlich hier nur ein Feindesgebiet. also, springen wir jetzt mal auf eine andere Dimension hier. Ja, gehen wir gleich mal zu denen hier. Dass wir ein bisschen geschützter sind mit unseren Kollegen. Ja, von allen Seiten wirst du hier angeschossen. Ja, da hat's. Mann, ey, Mann, ey. Junge. Ich bin hier bloß Sunny. Ja, vielen Dank. Hab ich nicht so schnell gedrückt, aber ich bedanke mich erstmal für die Kooperationen von unseren Sunnys hier, mich wieder reinzuholen ins Boot. Ja, UGH! Ja, sie kommen von allen Seiten, also sie sind richtig gut hier. gut aufgestellt. Taktik pur hier. So. Dann gehen wir was? Dankeschön. Was das auch immer ist. So, gehen wir erstmal hier. weiter. Ja, man hat ja echt null Chancen. Das geht hier rucki zucki. Ja, gehen wir, wo gehen wir rein? Ich weiß es nicht. rucki zucki. Rucki zucki. Ja, wer hat mir was sehen, ob wir Glück haben. schießt. Wie man sagt, man schießt immer in die falschen Ecken, ich weiß es nicht. Oder die haben einfach bloß Mehl. Dankeschön, mein Freund. Sehr nett. Ich hab doch nun mal. So. Ja, da war einer. Ja, und man hat keine Chance. Man hat einfach keine Chance. Hab ich keine guten Waffen oder was ist das? Freunde, wenn ihr es wisst, schreibt mir es unten in die Kommis. Ein paar Tipps wären ja echt empfehlenswert. Nein! Ja, da hatten wir keine Chance. Da hatten wir keine Chance. So, geht's wieder rein in die gute Stube. Nicht verzagen, wir wollen ja hier was reißen. ja. Shit! Shit! Ja, hat er noch in seinen Sterbenmoment nahe, hat er mich noch abgeschossen. Hat sich verteidigt, bis aufs Blut. Nein! Ach, bin ich blöd. Ah! Oh Gott. Ja, hier ist wieder unser Freund, der hat mich jetzt mindestens schon zum Zentrum abgeschossen. Der Mann mit dem Hut und dem Bord und der Brille. das ist aber nicht sehr nett, was du da machst. Ja! Gleich weg! nochmal durchladen. Ja, am besten verkrümeln wir uns. Nein! Komm, schieß ab! Schieß ab! Fuck! Fuck! Mann! Ich schieß mit Granaten auf den und mit dem passiert komischerweise nicht. Der schießt eh eine Kugel auf meinen Kopf und ich bin wieder da. Dankeschön. Nein! Ach Gott. Das ist so übelst krass hier. Leute, 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 Leute. So, meine Lieben, ich mache jetzt noch ein paar Minütchen für euch. Ja! Reingekommen, gestorben. Ist das nicht herrlich? Es kotzt einen an. Ach, Mann. So, rein. Die gute Stube. Verdammter Mist. Nein! Ach! So, meine Lieben, dann würde ich sagen, war das jetzt der Part 2 von Battlefield 4 Online. Ja, mehr gestorben als Kallaufen. Ja, hierzu DLP TV. Ja, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr ein paar Tipps habt, könnt ihr mir das ja unten in die Kombi schreiben. Ja, oder schreibt mir eine Privatnachricht, wie ihr wollt. Bei Facebook könnt ihr mich natürlich auch suchen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im dritten Part wieder bei The Battlefield 4 hier in unserem Schlachtfeld. Ja, dann wünsche ich euch erstmal noch einen angenehmen Tag. Bis später. Ciao, 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 ciao.